Musik Hab ich mich grad erschrocken? Boah, du siehst aber nicht nett aus. Ja, hab ich. Tut mir wirklich leid. Sorry. Follow me. I wanna show you something. Impressive, isn't it? Yes, yes, yes. Wir haben früher die Brigaden gewohnt. Tatsächlich haben sie vor dem Antrag 96 geplant. 86. Bist du ein Mitglied? Don't insult me. Aber jemand, den ich liebte, war es. Den Anordner haben sie im Anschlag gefunden. Diejenigen, die noch hier waren, wurden verhaftet. Und von vielen wurde nie wieder etwas gehört, wo ich verstehe. Go on. Take a look around. That's what they called the Radio Tree. They used it to make their radio broadcasts. You're looking at what allowed them to recruit their members. Oh, ich verstehe. That's what I wanted to show you. Ich finde, wir sollten es kaputt machen. Ich denke, wir sollten es kaputt machen. Ich sagte, wir sollten es kaputt machen. Habe ich eine andere Wahl? Nein, habe ich nicht, ne? Das wollte ich nicht machen, aber ich hatte keine andere Wahl. Trinken. Ein Balken aufgelöst. Okay, ein Balken hochgeheilt. Wissen Sie etwas über Karma? Was ist Ihre Meinung zur Polizei? Genau, dann finden die die Bullen nämlich. Deshalb rauche ich. Vielleicht will Flores wie weniger Polizei. Dann werde ich mich mal mit dem Rauchen anfangen müssen. Ich bin für Revolution, aber ich bin gegen das Rauchen. Ich werde fragen. Warum hassen Sie die Brigaden? Weil sie mir Lola weggenommen haben. Wer ist Lola? Seine Tochter. Okay, die Brigaden haben sie mir weggenommen. Was ist passiert? Ah, der Biologielehrer hat sie rekrutiert. Bob Winters? Ich hebe ihn mir für den Schluss auf. Vergiss es. Heute ist der Tag der Heilung. Am Tag des Anschlags 86 schickten sie sie und einige andere Mitglieder an die Mauer. Die Explosion verlieb wohl nicht wie geplant und sie wurden unter den Felsen begraben. Sie wollte Paläontologin werden. Sie wollte Paläontologin werden. Sie wollte Paläontologin werden. Jemand der Dinosaurier. Oh Gott. Da, was du میgräuschst. Oh Gott. Das ist ihr Wohnwagen hinter ihnen? Ja. Genau. Sie hat ihn mit Dinosaurs gekürt. Es war ein Fehler. Es hat nicht geholfen. Kein davon. Destroying den Baum. Talking. Talking. Es hat nur... machte Dinge schlimmer. Ihr solltet, RUN! Respekt zahlen. Okay. Das ist voll süß, ne? Muss hier vielleicht noch irgendwas, mit was wir uns hier... nehmen. 3 Dollar. Was wir uns hier irgendwie noch mal ein bisschen über Wasser halten können. Kann man auf dem hier hochlaufen? Ja, kann man. Ist hier irgendwas, was man noch mitnehmen kann? Hier rein. Was war das? Taxifahrer. Ach, deswegen will der... Warte mal. Schloss knacken kann ich noch nicht. Na toll. Wenn ich jetzt hier lang gehe, wo komme ich da hin? Irgendwo hin. Doch hier hoch. Ist der gleiche Weg. Okay, dann werden wir mal runter gehen. Ach ja. Haben wir hier noch was? Irgendwas? Erholen. Oh, das ist eine gute Idee. Erholen ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass da... bisschen Energie bei rumkommt. Ja, komm schon. Ja, ein Balken. Noch ein, komm schon. Nur ein Balken? Oh je. Das ist schlecht. Jetzt ist das Taxi natürlich weg. Aber wenigstens haben wir uns mal ein bisschen auf... erholt. So, trampen. Oder Bus fahren. Nee, laufen. Für Bus bezahlen können wir nicht. Okay. Kommen wir trampen. Ist egal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und passiert nichts, oder? Oh doch. Wir wurden mitgenommen. Wie viele Kilometer? Oh Gott, wer ist das denn? Cousin. Oh nein! Sonja! Diese Talkshow-Moderatorin da, diese... Welcome to my luxurious limo! Oh Gott, oh Gott. Danke, dass Sie mich mitnehmen. Ich frage mich, warum ich Ihnen einen Rennen gegeben habe. Das tue ich. Ich habe Ihnen einen Rennen gegeben, weil... Ich weiß, dass ich Ihr secret. Ich bin nicht sicher, dass ich eins habe. Dass du mein größter Fan bist. Ich habe es nicht, Honeybuns. Ähm... Ja, klar, wenn ich das... Well... Es ist alles über dich geschrieben. Es muss anstrengend, allein auf der Straße unterwegs zu sein. Ähm... Mir geht's gut, denke ich. Da ist eine Fernbedienung links neben dir. Siehst du sie? Alles, was du schon immer wolltest, kannst du dir mit einem Druck... auf die Tasten bekommen. Na los, mach schon. Erstmal trinken. So. Dann ansehen. Oh, Drei-Fahrer! Du solltest netter sein. Habe ich gemacht. Wow, was für eine Hau. Machen sie das oft? Mir ist eine Fliege in den Mund geflogen. Was ist das, Sonja? Was ist das? Dass sie die Beste sind. Oh, ich sehe. Ich lege sie auf den Stapel mit den Morddrohungen. Wie viel hat sie denn? Tut mir leid, dass sie solche Briefe bekommen. Bekommen sie oft Morddrohungen? Every day, na hurra. Niemand sollte sie bedrohen. Warum sollte das jemand tun? Wie können sie das wissen? Ich bekomme schon seit 10 Jahren solche Briefe, Schätzchen. Und trotzdem bin ich immer noch hier. Okay. Sonja? Was ist das, Adam? Ich habe hier einen Moment mit meinem größten Fan. Es ist Zeit. Zeit für was? Für die Sonja Show, natürlich. Ich habe es niemals vergessen. Jetzt, park die Böden hier. Wir sagen, es ist live, aber das wäre zu schwer. Ich bin ja. Mit der Wahlkampfung nur ein paar Monate weg, die ersten Verteidigungen zeigen, Tyrak, sehr vor allem Flores. Und jetzt, für heute's Missing Teen Report. Unfortunately, we have additional teens and bla 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 bla. You can ask me anything you want. You know that right? I'm here for you. Wissen Sie über... berichten Sie über Jugendliche, die die Grenze überqueren? Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße... warte mal. Berichten Sie über Jugendliche, die die Grenze überqueren? Sind unser täglich Brot bei GNN. Ich habe sogar von Kindern gehört, die über den Nationalberg gestiegen sind. Sie machen Witze. Ähm... Ansehen. Adam anrufen. Halten wir an? Wahrscheinlich versucht Tyrek die Wahrheit zu stehlen oder Tyrek nimmt ihm weiter ihre bürgerlichen Freiheiten, Babys. Oh mein Gott. Will ich das? Die mögen sie nicht. Ich habe noch nicht gegessen. Danke, Honeybunny. Hier kommt die Polizei. Hier kommt die Polizei. Diese Party ist ein Blöw-up. Es ist Mati da. Hey! Get out of my way! Ja, du! Loser! Get out of my way! Hey! Get out of here! Loser! Sonja! Please, get back in the limo. Du solltest auf Adam hören. Oh, du liebst deine Sonja doch nicht, was Schätzchen? Uh oh, sie haben wieder Steine. Diese Proteste werden nichts lösen. Sind wir sicher? Ist wie ein Panzer gebaut. Na toll. Ich habe speziell für diese Saison wie diese bauen lassen. Da, wie ihr das malen. Hier kommt die Escort, Sonja. Endlich. So lange, Loser. Echt krass, aber so kommen wir ein wenigstück weiter. Ja, echt spannend. Vielen Dank. Oh, 30 Dollar gekriegt. Das ist aber toll. Ja, hauptsache, sie macht da erstmal Party. Das ist ja beruhigend zu wissen. So, jetzt haben wir jeden tatsächlich einmal kennengelernt. Jared war der Letzte. Und auch bei Sonja haben wir jetzt schon 18%. Das ist gut. Und wir sind kurz vor der Grenze. Hier werden wir rausgeschmissen. Dann schauen wir mal. Fast da. Errungenschaft freigeschaltet. Na hurra. Road 96. Oh Gott, wo sind wir hier? Sind wir hier irgendwo durch? Wir kommen nicht durch. Oder kommen wir hier durch? Nee, ne? Nee, nee. Okay. Was sind wir hier? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich habe das Gefühl, ich gehe zurück statt vor. Runterrutschen. Lass uns mal runterrutschen. Ähm. Ähm. Okay. Über Berg und Tal. Drei Balken. Drei Balken haben wir. Ja. Das soll... Oh, Wasserfall. Hm. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwelche Wölfe, Bären oder sonst irgendwas gibt. Okay. Sitzen. Gibt uns das Erholung? Nö. Keine Erholung. Okay. Vielen. Wir haben zwei. Oh Gott, wir hätten noch viel mehr haben müssen. Wir hätten noch viel, viel mehr Kassetten haben müssen, aber vielleicht kriegen wir das ja noch im Laufe des Spiels. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig gehen. Auf jeden Fall ist das hier so als Weg gekennzeichnet. Gut. Vielleicht hätten wir auch da hinten lang gehen müssen. Dann schauen wir mal. Spray. Geht wählen. Traue nur dir selbst. Sprayen wir mal. Kommt man hier noch weiter? Hier kommt man noch weiter, ne? Ich hab ja so ein bisschen Schiss, ne, dass hier irgendwas mich wieder erschreckt. Oh, hier. Hier kann man sich erholen. Okay. Okay, 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 okay. Einmal abgeleuchtet. Hier kann man sich erholen. Die Frage ist, wo geht's dahin? Ich glaub, wir werden uns mal erholen, weil wir haben nur drei Balken. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Mit erholen kriegen wir zwar nur einen Balken dazu. Aber, kann man sich dann nochmal erholen? Wahrscheinlich nicht, ne? Immer nur einmalig. Ja, okay. Ja. Jetzt schauen wir mal hier hoch. Irgendwie hier raus, oder was? Okay, da ist die Straße.